Sura 90 Al-Balat, die Ortschaft, offenbart zu Mekka 20 Ariad. Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen, ich schwöre bei dieser Ortschaft, und du wohnst in dieser Ortschaft, und bei dem Zeugenden und bei dem, was er gezeugt hat. Wahrlich, wir haben den Menschen zu einem Dasein in Bedrängnis erschaffen. Meint er, niemand habe Macht über ihn? Er sagt, ich habe viel Vermögen verschwendet. Meint er, niemand hätte ihn gesehen? Haben wir ihm nicht zwei Augen gemacht und eine Zunge und zwei Lippen? Und ihm haben wir die beiden Wege gezeigt, doch er bezwang das Hindernis nicht. Und was lehrt dich wissen, was das Hindernis ist? Es sind das Befreien eines Nackens, oder an einem Tage während der Hungersnot, das Speisen einer nahe Verwandtenweise, oder eines Armen, der sich im Stau bewälzt. Dann wird er unter denen sein, die glauben und einander ermahnen zur Geduld und einander ermahnen zur Barmherzigkeit. Dies sind diejenigen, die von der rechten Seite sind, diejenigen aber, die nicht an unsere Zeichen glauben. Sie werden von der linken Seite sein. Sie werden vom Feuer ringsum eingeschlossen sein.